Hallo, ich bin Cameron Waring vom Australischen Fahrinstitut. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euren Urlaub in Australien mit einem Allrad betriebenen Fahrzeug nicht nur unvergesslich, sondern auch sicher gestaltet. Dies ist ein wunderschönes Land mit unterschiedlichen Landschaften. Bevor ihr aber losfahrt, ist es wichtig, diese Sicherheitshinweise für Allradfahrzeuge zu kennen. Autos wie diese Limousine haben einen niedrigen Schwerpunkt. Die Kippgefahr ist also geringer. Dieses Fahrzeug hat einen höheren Schwerpunkt, die Kippgefahr ist daher größer. Abbremsen oder Abbiegen ist im Vergleich zur Limousine schwieriger. Das liegt an ihrem Design. Am besten fährt man dieses Fahrzeug eher wie einen LKW und nicht wie eine Limousine. Man muss zum Beispiel darauf achten, dass das Fahrzeug immer stabil bleibt. Dies erreicht man, indem man beide Hände am Lenkrad auf der Viertel-Vor-Drei-Position hält und das Fahrzeug die Kurven entlang führt. Außerdem ist es wichtig, die Geschwindigkeitsbegrenzungen bei allen Kurven im Auge zu behalten und einzuhalten. Die Genauigkeit dieser Zeichen kann im gesamten Land unterschiedlich sein. In der Kurve gilt es, vorsichtig mit Bremse oder Gaspedal umzugehen, damit das Fahrzeug stabil bleibt. Wir empfehlen, keine losen Gegenstände in der Fahrerkabine mitzuführen. Einfache Dinge wie Telefone oder Tablets können bei einem Unfall gefährlich werden. Die meisten Menschen denken bei normalen Fahrern nicht daran. Nehmen wir zum Beispiel eine Frucht, die beim Abbremsen an der Ampel unter den Fußraum rollt. Dadurch wird das Bremspedal blockiert. Seid euch immer bewusst, wie viel ihr mit dabei habt und wo ihr es verstaut. Lagert alles so tief und sicher wie möglich. Diese Fahrzeuge bleiben im Zweiradantrieb, bis ihr zwei Dinge einstellt. Zunächst müsst ihr euer Fahrzeug prüfen und kontrollieren, ob verstellbare Vorderradnarben vorhanden sind. Parkt sicher am Straßenrand, steigt aus und prüft die Narbe am Vorderrad. Dort könnt ihr einen Drehknopf von frei auf fest drehen. Zuerst muss man die Fixierung lösen, bevor man den Schalter in der Kabine umstellt. Das Fahrzeug fährt erst mit Allradantrieb, wenn H4 ausgewählt wurde. Es kann passieren, dass das Gelände anspruchsvoller als sonst ist. Hier sehen wir einen steilen Anstieg. Wir benötigen hier die Geländereduktion und die Eigenschaft des Getriebes verändert sich, um maximales Drehmoment bei möglichst wenig Energieaufwendung zu erhalten. Man muss anhalten, um die Geländereduktion oder 4L einzustellen. Stellt den Hebel nun von High Range auf Neutral, dann auf Low Range. Das Fahrzeug verhält sich nun ganz anders und die Höchstgeschwindigkeit liegt nun bei 30 oder 40 kmh. Ihr benötigt das Gaspedal nicht, um vom ersten oder zweiten Gang loszufahren. In diesem Modus dürft ihr nicht auf der Asphaltstraße fahren. In Australien gibt es viele Schotterstraßen, welche unterschiedlich sind. Manchmal fährt man auf Kies, der sandähnlich und rutschig ist. Daher ist es eine gute Idee, die Scheinwerfer einzuschalten, damit man gesehen wird und Allradantrieb und die Narben für Schotterstraßen einzustellen. Damit hat man eine bessere Bodenhaftung. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 80 kmh reicht es, den Schalter so wie hier umzustellen. Und man befindet sich nun im Allradmodus mit High Range. Am besten verwendet man diesen bei Schotterstraßen, wo die Geschwindigkeit aller Wahrscheinlichkeit nach bei über 20 kmh liegt. Damit hat man eine bessere Bodenhaftung und fährt stabiler. Sogenannte Eisenerzstraßen oder Buckshot oder Lockergesteinsböden sind rutschiger als eine Kalksteinstraße und sind voller rotem Staub. Bei all diesen Straßen gibt es Abschnitte mit losem, aufgehäuften Schotter, welcher die freien Fahrtstreifen, die meistens mit dem Reifen in Kontakt sind, aufteilt. Achtet darauf, beim Fahrspurenwechsel vom Gaspedal zu gehen, beide Hände am Lenkrad auf Viertel vor drei Position zu halten und sanft über den angehäuften Schotter zu navigieren. Eine Bemerkung zum Schotter. Es kann schnell passieren, dass man zu schnell unterwegs ist und bei guten Verhältnissen sind 80 kmh eine gute Obergrenze. Wenn ihr merkt, dass das Fahrzeug auf der Straße schwankt, dann seid ihr zu schnell unterwegs. Dies zeigt, dass kein Grip mehr vorhanden ist, womit eine Kurve oder plötzliches Abbremsen zum Problem wird. Wenn das Fahrzeug schwankt und man die Kurve nicht mit absoluter Stabilität meistert, seid ihr zu schnell unterwegs. Es ist also wichtig, nicht im Allradmodus auf harten Oberflächen wie Asphalt zu fahren, da diese Getriebe und Verteilergetriebe beschädigen können. Denkt daran, bei Fahrten auf Schotter die Naben und Allradantrieb zu aktivieren. Macht es danach genau umgekehrt. Stellt die Nabe zurück und kehrt zum Zweiradantrieb zurück, bevor ihr auf asphaltiertem Untergrund fahrt. Mit Allradantrieb müsst ihr besonders vorsichtig sein. Am besten man fährt langsam. Überlasst dem Fahrzeug die harte Arbeit. Eine zu hohe Geschwindigkeit kann dazu führen, dass man Grip verliert, was in ernsten Situationen zum Abrutschen zurück auf die letzte Stelle mit Grip führen kann. Das kann gefährlich sein. Bevor ihr auf Sand oder Schlamm fahrt, testet das Gelände vorher mit eurem Fuß. Wenn ihr einsinkt, wird auch das Fahrzeug einsinken. Probiert es erst im Leerlauf im ersten Gang und schaut, wie sich das Fahrzeug verhält. Wenn der Reifen durchdreht, haltet das Fahrzeug an. Ihr müsst verhindern, mit dem Reifen Löcher zu graben. Dadurch wird es schwieriger, wieder rauszufahren. Haltet also das Fahrzeug an, legt den Rückwärtsgang ein und versucht, wieder rauszufahren. Ihr könnt probieren, den Reifendruck auf ca. 22 PSI abzusenken, jedoch nicht auf weniger. Dadurch vergrößert sich die Reifenfläche am Boden und das Fahrzeuggewicht wird auf eine größere Fläche verteilt. Mietet auf jeden Fall einen Luftkompressor, um die Reifen wieder auf 50 PSI aufzupumpen. Nehmt den Luftkompressor aus der Tasche, hebt die Haube an, um an die Batterie zu gelangen und ihr werdet den negativen und positiven Anschluss sehen. Schließt die rote Klemme an den positiven Anschluss und die schwarze Klemme an den negativen Anschluss. Ihr könnt den Kompressor jetzt einschalten. Entfernt die Ventilkappe und steckt den Schlauch auf den Ventilschaft. Ihr könnt nun auf 50 PSI aufpumpen. Sobald man mit dem Aufpumpen fertig ist, den Kompressor abschalten, die Klemmen abklemmen und alles wegpacken. Stellt sicher, dass ihr die Ventilkappe wieder anbringt. Jetzt geht's zurück auf die Straße. Beim Überqueren von Wasser lauern viele Gefahren. Nicht nur wegen dem Wasser selbst, sondern auch dank Australiens wilden Tieren, wie zum Beispiel Krokodilen. Manchmal kann die Wassermenge in Kombination mit der Tiefe zum Abgleiten des Fahrzeugs und Abtreiben im Fluss führen. Wir empfehlen wärmstens 300 mm als Grenzwert zu verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass kein Wasser gegen die Außenseite des Fahrzeugs drückt. Am besten geht man immer erst den Weg zu Fuß entlang und lässt das Fahrzeug abkühlen, bevor man ins Wasser fährt. Nochmals, man muss langsam durch das Wasser fahren. Verhindert, dass Wasser durch zu schnelles Fahren in den Motorraum gelangt. Langsames Fahren gibt einem außerdem Zeit zum Nachdenken. Vor manchen Überfahrten gibt es ein Schild, auf dem steht, dass die Straße geschlossen ist. Das Fahren auf geschlossenen Straßen führt zu teuren Bußgeldern und kann auch gegen eure Mietwagenauflagen verstoßen. Fragt euch selbst, ob ihr diesen Fluss wirklich überqueren müsst. Wenn ihr nämlich Zweifel an der Überfahrt habt, dann ist die Antwort ein Nein, überquert nicht. In Australien liegen zwischen den Städten große Entfernungen und die Tankstellen sind nicht immer geöffnet. Zur Reiseplanung gehört es auch, zu prüfen, wie viel Benzin man noch hat, wie weit es bis zur nächsten Stadt ist und ob es dort Benzin gibt. Außerdem gibt es im regionalen Teil Australiens wenige Autobahnen. Diese befinden sich normalerweise nur in der Nähe von großen Städten. Ansonsten haben wir einspurige Fahrbahnen, die aneinander vorbeiführen. Ihr müsst diese Regeln beachten. Überholt nur auf den gekennzeichneten Überholspuren. Außerdem kann es gefährlich sein, auf unbefestigten Straßen überholt zu werden. Steine können hochgeschleudert werden, was die Sicht einschränkt. Verlangsamt also für ein paar Sekunden, bis die Straße wieder frei wird. Wozu auch die Eile? Entspannt euch abseits vom Fahrzeug, selbst für nur 10 oder 20 Sekunden und genießt die abwechslungsreiche Landschaft. Es ist dadurch auch einfacher, wilde Tiere zu sehen. Auf unseren Straßen in Australien ist die Ermüdung am Steuer das größte Problem. Es beeinflusst das logische Denkvermögen und kann schwerwiegende Folgen haben. Mit folgenden Tipps lässt sich das in den Griff bekommen. Haltet alle 2 Stunden an. Dadurch könnt ihr unser Land kennenlernen und den Kopf abschalten. Ernährt euch gut und vermeidet verarbeitete Lebensmittel, wie zum Beispiel Lollis. Trinkt genügend Wasser, ruht euch täglich gut aus und wechselt euch beim Fahren ab. Außerdem ist es hilfreich, dass eine weitere Person immer wach bleibt. Dieses Partnersystem sollte man beachten. Die Seite des Fahrzeugs ist recht groß und kann wie ein Segel auf einem Boot sein. Bei zu viel Seitenwind kann das Fahrzeug schwanken und man muss gegenlenken, um das Fahrzeug in der Spur zu halten. Eine Baumreihe kann euch vor dem Wind schützen, aber wenn diese endet, kann der Wind durchblasen und denselben Effekt haben. Bei näher kommenden LKWs muss man besonders vorsichtig sein. Der Fahrtwind von diesen Fahrzeugen kann sehr stark sein. Daher muss man sich vorbereiten und das Lenkrad auf Viertel vor Drei Position halten. Drückt gegen das Lenkrad und haltet euer Ziel im Auge. Das hilft dabei, das Fahrzeug stabil zu halten. Nur bei trockener Straße fahren und Straßegesperrtschilder kommen auf Tor. Ihr müsst euch an diese Regeln halten. Bei Nichtbeachtung können Einschränkungen und Bußgelder verhängt werden. Sogenannte Dry Weather Roads können sich schlagartig verändern. Sie sehen zwar nicht problematisch aus, aber viele Straßen wurden ohne Fundament gebaut. Bereits nach 10 mm Niederschlag ist es möglich, dass ihr einsinkt und dort stecken bleibt. Bitte seid auf diesen Straßen vorsichtig und achtet auf die Schilder. Wenn ihr über Steine und Baumstämme fahrt, kann dies das Fahrzeug beschädigen und dafür sorgen, dass ihr stecken bleibt. Selbst ein Stock oder ein Ast kann vom Reifen hochgeschleudert werden und an der Türe oder schlimmer am Glas aufschlagen. Schaut auf die Vegetation und die vorhandenen Hindernisse und plant, wie ihr diesen ausweichen könnt. Die Höhe dieser Fahrzeuge kann täuschen. Hier könnt ihr sehen, dass das Fahrzeug 2,4 Meter hoch ist. Wenn ihr an eine Brücke kommt, steht dort normalerweise ein Schild mit der zulässigen Durchfahrtshöhe, mit der ein Fahrzeug sicher passieren kann. Abgesehen davon müsst ihr wachsam bleiben und Objekte wie tiefhängende Äste richtig einschätzen. Am besten man ist vorsichtiger und macht um Hindernisse wie Äste einen großen Bogen. Es ist schwierig, den Raum hinter diesen Fahrzeugen zu überblicken. Eventuell müsst ihr einen Reisebegleiter bitten, auszusteigen und zu helfen. Es besteht die Gefahr, rückwärts gegen einen Pfahl oder sogar einen Ast zu fahren, den man vermutlich nicht sehen kann. Wenn ihr alleine seid, dann fahrt langsam. Es kann außerdem gefährlich sein, bei kaltem Wetter, Regen oder Sturm unter einem Baum zu parken. Gummibäume verlieren bei diesen Wetterbedingungen ohne Vorwarnung ihre Äste. Australische Straßen sind für ihre besondere Tierwelt berühmt. Es gibt zum Beispiel immer Kängurus, aber bei Dämmerung und Morgengrauen gibt es noch mehr. Wir empfehlen während den aktivsten Zeiten der Tiere vom Fahren abzusehen. Ab und zu kommt ihr an ein Schild, welches euch im Voraus vor wilden Tieren warnt. Beachtet diese also. Bei hohem Gras und Bäumen in Straßennähe sollte man vorsichtig sein und damit rechnen, dass wilde Tiere herausspringen. Sollte ein Tier die Straße überqueren, dann hupt, während ihr abbremst. Sollte sich ein Zusammenstoß jedoch nicht vermeiden lassen, haltet während dem Bremsvorgang die Spur. Ausweichen kann zu einem schlimmeren Unfall führen und der Zusammenstoß mit dem Tier stellt das kleinere Übel dar. Benutzt während der Fahrt kein Handy am Schleuer und lasst euch am besten von Mitfahrern dabei helfen, nach Tieren Ausschau zu halten. Tiere halten sich außerdem im Bereich von Bächen und Flüssen auf, fahrt hier ebenso langsamer. Ich empfehle euch, vor Sonnenuntergang zu halten und den schönen Sonnenuntergang zu genießen und sich für den Abend niederzulassen. Ein Fahrzeug voller Staub kann unangenehm sein. Der Staub dringt überall ein und bei Nässe verwandelt er sich im Fahrzeuginneren zu Schlamm. Es ist recht einfach, euer Allradfahrzeug staubfrei zu bekommen. Alles, was man dafür tun muss, ist folgendes. Schließt alle Fahrzeugfenster. Danach müsst ihr die Fahrzeugkabine mit angestellter Frischluftzufuhr unter Druck setzen und den Ventilator voll aufdrehen. Vermeidet es, hinter Fahrzeugen und deren Staubwolke zu fahren. Wenn ihr anhaltet, dann wartet, bis der Staub sich abgesetzt hat, bevor ihr Türen öffnet. Das dauert nur wenige Sekunden. Am besten verwendet man die Abgasrückführung, damit Abgase oder Brandrauch nicht in die Fahrzeugkabine gelangen. Das ist außerdem nützlich, um die Fahrzeugkabine schnell abzukühlen oder aufzuwärmen. Sobald ihr allerdings losfahrt, verwendet vor allem frische Luft für die Kabine. Das Fahrzeug hat viele Werkzeuge, die im Fall einer Panne hilfreich sein können. Die Schaufel kann man nutzen, um die Reifen auszugraben und eine Schneise zu erzeugen, um aus dem Schlammloch zu kommen. Falls das Schlammloch zu tief ist, könnt ihr den Bergegurt nutzen. Allerdings müsst ihr die Nummer auf dem Schlüsselanhänger anrufen, bevor ihr euer Fahrzeug sichert. Der Luftkompressor, den wir bereits erwähnt hatten, muss an die Fahrzeugbatterie angeschlossen werden und kann bis zu 50 PSI aufpumpen. Der erste Hilfekasten hilft bei kleineren Schürfwunden, Prellungen und Verbrennungen. Und dieser E-PIRP ist ein Positionsmelder für Notfälle, welcher den nationalen Rettungsdienst verständigt, falls es ein schwerwiegendes Problem gibt. Dieser darf nur bei lebensbedrohlichen Situationen verwendet werden. Satellitentelefone stellen die beste Kommunikationsmöglichkeit dar, wenn man in entlegenen Gebieten arbeitet oder verreist. Sie bieten eine 100%ige Netzabdeckung und geben einem komplette Sicherheit im Fall eines Unfalls oder einer unvorhergesehenen Krankheit. Sie sind einfach zu bedienen und zu verwenden, genauso wie man das vom eigenen Handy gewohnt ist. Da über 90% Australiens keinen Handyempfang hat, warum ein Risiko eingehen? Besucht euer BRITZ-Büro für weitere Infos und um ein Satellitentelefon zu mieten. Damit sind wir am Ende angekommen. Wir hoffen, dass dieses kurze Video euch ein besseres Verständnis dafür gegeben hat, wie man mit Allradantrieb sicher durch Australien fährt. Denkt daran, falls ihr etwas benötigt, kontaktiert uns vor eurer Abreise im Büro. Euch eine tolle Reise. Genießt dieses wunderschöne Land. Oder 160 referen uns vor. 1. !! 4. 600.